Ich begrüße Sie zum Programm des Oda Spree Fernsehen, liebe Zuschauer. Gleich gibt es einige Meldungen des Tages, unter anderem sucht die Polizei Bürger, die Hinweise zu einem Vorfall geben können. Dann betrachten wir nochmal die Stadtversammlung in Eisenhüttenstadt. Es gab ja die letzte SVV am Mittwoch. Da wurde natürlich auch einiges entschieden, auch wie es mit dem Stadtfest in Eisenhüttenstadt im kommenden Jahr weitergeht. Das Ehrenamt wurde gekürt und das sind alles Informationen, die bekommen Sie gleich. Aber noch der Hinweis, wir haben eine sehr interessante Talksendung im Angebot und zwar Peter Mücke. Bei einigen wird es sicherlich jetzt etwas klingeln und zwar bei denen, die mit Motorsport zu DDR-Zeiten zu tun hatten. Ich sage nur Melkus, Wartburg aus Dresden und das hat auch einen Zusammenhang mit dem Rennstahl Peter Mücke. Und er erzählt, wie Rennsport zu DDR-Zeiten abgelaufen ist, mit welchen Fahrzeugen man gefahren ist, was man alles erlebt hat. Wirklich ein sehr interessanter Talk. Allerdings ist das nicht die komplette Ausgabe, denn zwei Stunden ist ein bisschen lang. Wir haben also die wichtigsten, interessanten Teile von diesem Talk aufgearbeitet. Aber wer das ganze Interview dann tatsächlich hören und sehen möchte, kann das auf osftv.de, auf unserer Mediathek. Und zudem gibt es natürlich dann auch noch das Brandenburg-Journal am heutigen Tag. Also Vielfalt hier beim Oder Spreefernsehen, eine ganze Menge Informationen. Und jetzt fangen wir an mit den Meldungen des Tages. Wer erkennt den Mann oder seine Sachen? Wer kann darüber hinaus noch Hinweise geben, die bei der Identitätsfeststellung behilflich sein könnten? Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Es war kein spektakulärer Abend im Rathaus Eisenhüttenstadt. Die letzte SVV des Jahres ließ alles passieren. Schwerpunkt war ja der Haushaltsentwurf für das kommende Jahr. Die Fehlbeträge in den Haushaltsjahren bis 2027 stehen in Millionenhöhe zu Buche. Im kommenden Jahr sind es fast 8 Millionen Euro. Und 2025 ist der Plan ein zweistelliger Fehlbetrag in Millionenhöhe. Die Einnahmen der Stadt in Form von Steuern und Abgaben sinken. Was sich aber permanent erhöht, sind die Personalausgaben der Verwaltung. Die gesamten Personalausgaben übersteigen mit über 8 Millionen Euro die Einnahmen. Jeder Privatbetrieb müsste bei dieser Finanzsituation Insolvenz anmelden. Hätten die Abgeordneten den Haushalt abgelehnt, wäre das für die Verwaltung ein Debakel. Denn die Kämmerin der Verwaltung, also die Mitarbeiterin, die sich um den Haushalt zahlenmäßig kümmert, hat die Verwaltung verlassen. Aus diesem Grund ist die Stelle vom Fachbereichsleiter Stadtentwicklung Michael Reichel übernommen worden, bis ein neuer Kämmerer oder Kämmerin gefunden wird. Der Fachkräftemangel ist wohl jetzt auch im Rathaus Eisenhüttenstadt angekommen. Etwas Positives gab es in Sachen Stadtfest im kommenden Jahr. Der Grundsatzbeschluss ist gefasst worden, dass es ein Stadtfest 2024 geben soll. Ohne die Zustimmung zum Haushalt wäre das nicht möglich gewesen. Die Neuerung 2024 ist ja, dass die Verwaltung das Stadtfest ohne Agentur planen und durchführen möchte. In wie weit die Sponsoren und Förderer mit dieser neuen Situation umgehen werden, ist fraglich. Denn die Vorstellungen, wie man das Stadtfest gestaltet und ob es ein komplett neues Konzept geben muss, sind sehr unterschiedlich. Zuvor gab es jedoch die Würdigung des Ehrenamtes in Eisenhüttenstadt. In diesem Jahr bekam die Ehrung sieben Bürger der Stadt. Monika Buch vom Bürgerverein Fürstenberg. Andrea Feist, die sich beim Stadtfeuerwehrverband engagiert. Katrin Flügel vom Förderverein des Tiergeheges Dietmar Fröhlich, der sich um den Club Martschwitzer kümmert. Seit 1996 ist Helmut Jeschke mit Leidenschaft im Seniorenverein tätig und Claudia Müller als ehrenamtliches Vorstandsmitglied der Lebenshilfe. Ausgezeichnet wurde auch Siegfried Rohloff, der sich besonders beim Heimatverein Schönflies einbringt und bei vielen Projekten der AG Hütte dabei ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017